Seid mir gegrüßt, meine lieben Nakama, zu einer neuen Ausgabe des Toko Tokonomi Podcast. Diesmal sprechen wir über die Klone in One Piece. Ein heißes Thema, das die Community ein klein wenig spaltet. Es gibt ja einen, die sagen, tolle Idee, oder? Und beginnen damit, Theorien zu machen. Dieser Charakter ist der Klon von diesem Charakter. Wir werden noch auf einige Charaktere in dem Verlauf dieses Videos eingehen. Aber es gibt natürlich auch die Gegenseite, die sagt, bleib uns bloß weg, oder? Klar, Klone in One Piece, das brauchen wir nicht. Wir wollen natürlich, dass unsere Unique-Charaktere auch Unique bleiben und nicht buchstäblich zu Kopien von anderen Charakteren verkommen. Doch was ist wirklich dran an diesen ganzen Theorien? Ist das so ein großes Thema, oder ist das wieder mal so ein Thema, was man im Grunde in eine sehr gute Schublade im Verhältnis zu One Piece packen kann? Beginnen wir erst einmal mit der Geschichte der Klone in One Piece. Das ist nämlich gar nicht mal so neu, das Thema, sondern ist schon vor vielen Jahren aufgekommen. Und zwar sogar noch vor dem Timeskip. Also jetzt nicht mit Stassi, sondern damals im Sabaody Archipel-Ark. Damals sind nämlich die Pazifister aufgetaucht, erfunden von Vegapunk und Klone von Bartholomew Kuma. Naja, nicht so ganz Eins-zu-Eins-Klone. Das waren auch teilweise Cyborgs mit der Funkel-Funkel-Fruchtkräften, dass sie Laser abfeuern könnten. Ihr kennt sie alle. Aber sie waren nicht wirklich als Armee geplant, sondern sie waren Prototypen, wie uns das Sentumaru ja nach dem Timeskip auch erklärt hatte, dass sie ja schon an etwas Besserem arbeiten und auch diese Pazifister, die wir noch vor dem Timeskip kannten, wurden bereits verbessert. Aber sie sollten ja eigentlich eine Gefahr darstellen, eine Konter-Einheit gegen die aufkommenden Piraten. Und das waren sie nach dem Timeskip ganz sicher nicht mehr. Schon vor dem Timeskip hatten sie mit dem ein oder anderen Piraten ihre Struggle, aber nach dem Timeskip war das im Grunde verflogen. Wir haben es gesehen in der besten Szene, die wir damals hatten. Ruffy one-shotted einfach diesen Pazifister und hat gezeigt, auf welchem Level die Strohbande inzwischen gekommen ist. Da musste natürlich etwas Neues her und man wollte gleichzeitig natürlich einen Ersatz für die Shichibukai, die Samurai der Meere, weil das System nicht so funktioniert hat, wie sie sich das vorgestellt haben. Aber wir haben natürlich noch andere Klone in One Piece kennengelernt, und zwar die Armee der Germa Doppel-6. Diese Klone waren natürlich auf Massenproduktion ausgelegt, waren also in dem Sinne als Individuen nicht so stark. Aber wenn du einen Krieg gewinnen willst, macht meistens die Masse die Klasse. Und sie waren zumindest so interessant, dass Big Mom ihre Fühler nach dieser Technologie ausgestreckt hat. So kam es übrigens zu dieser arrangierten Hochzeit zwischen Sanji und Pudding, denn da sollte es ja darum gehen, dass sie ein Joint Venture machen. Big Mom bekommt die Klontechnologie der Germa Doppel-6 und im Gegenzug bekommt die Germa Doppel-6 die Süßmantelgeschosse der Big Mom-Piraten. Es kam allerdings nicht dazu, was wir alle im Whole Cake Island Arc gesehen haben. Aber hier haben wir schon die ein oder andere Verknüpfung, zu allem natürlich auch, weil auf dieser Tee-Party, wo die Hochzeit stattfinden sollte, ebenfalls auch Stassi, der einzig bisher bekannte Klon, 1 zu 1 Kopie eines anderen Charakters, aufgetaucht ist. Des Weiteren haben wir natürlich hier auch noch Big Mom, und Big Mom war bei den Rocks-Piraten, was hier auch nochmal sehr interessant werden könnte. Am wichtigsten allerdings haben wir hier einmal eine Klon-Mär- oder-Weniger-Armee mit den Pazifista von Vegapunk und eine Klon-Armee der Germa Doppel-6 von Winsmoke Judge. Beide Mitglieder bei den Mads, und an der Stelle müssen wir uns natürlich überlegen, wann kamen diese Mads zusammen. Denn wir wissen natürlich, dass Judge und Vegapunk zusammen den Lineage-Faktor, den Bauplan des Lebens entschlüsselt haben, worauf die meisten Erfindungen, vor allem die Klontechnologie und auch das Klonen von Teufelsfrüchten, basiert. Deshalb wurden sie auch als Verbrecher gebranntmarkt und später irgendwann auch mal verhaftet. Wie genau das damals abgelaufen ist, wissen wir natürlich nicht. Wir wissen aber, dass Vegapunk fortan für die Weltregierung gearbeitet hat, und ich gehe mal stark davon aus, Caesar Crone genauso. Er war ja eine Zeit lang Assistent von Vegapunk. Er hat ja zumindest so lange noch mit ihm zusammengearbeitet, auf Punk Hazard, bis dort halt eben alles zu Bruch ging und diese Insel eigentlich gar nicht mehr bewohnt war, falls ihr euch erinnert. Ja, und Winsmoke Judge, ja, da könnte man vielleicht sagen, er hat gute Beziehungen zur Weltregierung, konnte ja auch damals dafür sorgen, dass Sanji eine Zeit lang nur lebend gefangen werden durfte, weil er ihn ja gebraucht hat für seinen Handel mit Big Mom. Was mit den anderen Charakteren ist, mit Queen und Miss Buckingham Stussy, ist uns völlig unbekannt, aber vielleicht erfahren wir es noch innerhalb des Egghead Island Arks oder in der Cover Story der Gama Doppel 6, ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Aber ganz ehrlich, wir haben bis heute nicht erfahren, wie Jolie Bonny einem Akainu entkommen konnte und wieder auf freiem Fuß war, obwohl er sie eigentlich festgenommen hatte. Okay, schwamm beiseite, gehen wir auf das nächste Thema ein, nämlich wie lange haben eigentlich die Mets agiert? Und da haben wir eigentlich einen gewissen Zeitraum, der eingeschränkt werden kann. Eine sehr wichtige Aussage von Yonji in Kapitel 840 sagt uns nämlich, dass die Mets nur so lange aktiv waren, bis das erste Windsmoke Kind geboren wurde. Das war natürlich die große Schwester Raiju und sie ist 24 Jahre alt. Gehen wir vielleicht sogar noch mal den Weg, dass es auch noch zur Zeugung kam mit Sora, dann können wir vielleicht hier sogar 25 Jahre beanschlagen. Bleiben wir aber erstmal bei 24 Jahren, weil das die korrektere Aussage wäre. Und da wird es natürlich schon interessant, welche Charaktere ein Klon von einem anderen Charakter sein kann, weil wir hier einen eingrenzbaren Zeitpunkt haben. Haben wir den tatsächlich? Und ich glaube, ja. Denn der zweite Zeitpunkt, den wir hier in Betracht ziehen müssen, ist nämlich vor 38 Jahren. Und ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus spiele, nämlich der Untergang der Rocks-Piraten. Und gehen wir davon aus, dass sich nach dem Untergang der Rocks-Piraten eventuell erst die Mets gegründet haben. Dufeld hat das Ganze gesponsert und wir wissen ja auch, dass sie erst einmal für den Frieden gewesen sind. Ich finde, das ist so eine ganz komische Geschichte innerhalb dieser Cover-Story, dass sie ja für den Frieden gewesen sind, obwohl wir ja wissen, dass sie teilweise auch Verbrecher waren und auch so agiert haben. Aber damals eben auf diesem Forschungsschiff, nenne ich es jetzt mal, was wir in der Cover-Story gesehen haben, dort sahen wir eine Flagge mit der Aufschrift Pazifist, was natürlich perfekt zu der späteren Erfindung von Vegapunk passt, die Pazifister. Und ich gehe auch stark davon aus, dass zumindest Vegapunk diese Ideologie geglaubt hat. Bei den anderen Halunken bin ich mir nicht so sicher. Winsmoke Judge und die Germa Doppel 6 waren ja später auch als Kriegstreiber bekannt. Wir wissen auch, dass ebenfalls Caesar Crone und auch Queen sich an biologischen Waffen versucht haben, was jetzt auch nicht gerade für den Frieden spricht. Und Dufeld, naja, ich glaube nicht, dass er den Frieden finanziert hat, sondern als allererstes in die eigene Tasche wirtschaften wollte. Aber so viel zu den Mets. Kommen wir erst mal wieder zu dem Zeitpunkt, warum ist der Zeitpunkt so wichtig, dass die Rocks erst einmal geschlagen werden mussten oder zerschlagen werden mussten. Ganz einfach, weil dadurch natürlich erst mal in Richtung Bauplan des Lebens geforscht werden konnte. Denn wir haben ja bei Stassi eine ganz wichtige Komponente und zwar Miss Buckingham Stassi. Die war übrigens zu ihrer Zeit bei den Rockspiraten bereits 38 Jahre alt. Also keine sehr junge Frau mehr, aber noch in ihren besten Jahren, würde ich mal sagen. Und die hat sich ja dann bereit erklärt, ebenfalls ein Mitglied der Mets zu werden. Ob sie ein Gründungsmitglied ist oder ob sie erst später dazukommt, da kann man natürlich weiterhin spekulieren. Aber ich bleibe jetzt erst mal bei dem Zeitraum vor 38 Jahren bis zu vor 24 Jahren. Vor 24 Jahren ist sowieso der beste Zeitpunkt in One Piece, weil da haben wir das absolute singuläre Ereignis, nämlich Goldie Roger wird hingerichtet und ruft das große Piratenzeitalter aus. Aber auch hier an der Stelle können wir wieder ein paar Querverweise bringen. Nämlich zu dem Zeitpunkt hat Kaido schon über Wano Kuni regiert. Also dass er auf Punk Hazard gefangen geworden ist und dass ihm DNA entzogen wurde und dass er nie mehr experimentiert wurde, ist zu diesem Zeitpunkt auch schon einige Zeit her gewesen. Doch kommen wir zurück zu Miss Buckingham. Sie ist ja der Charakter, die beide Fraktionen verbindet. Sowohl die Rockspiraten, da sie ja dort ein Mitglied war, wie wichtig sie dort war, sei mal dahingestellt und sie war ein Mitglied bei den Mets. Und wir haben ja auch erfahren, dass sie nur eine selbsternannte Wissenschaftlerin ist und eine Trittbrettfahrerin ist. Also sie hat da wahrscheinlich eine andere Funktion erfüllt, wie eben die anderen Wissenschaftler, die halt bestätigt Wissenschaftler sind, wie Vegapunks, dieser Crown, Queen und Judge. Okay, was ist eben nach dem Verfall der Rockspiraten passiert? Einige haben sich ja dann in verschiedene Richtungen entwickelt, sind selber Kaiser geworden, später über mehrere Jahre hinweg oder haben sich die Pirateninsel unter den Nagel gerissen, wie im Falle von Wang Xi. Aber was war eben mit Miss Buckingham? Sie hat sich dann irgendwann bei den Mets niedergelassen und wenn wir davon ausgehen, sie wurden vor 38 Jahren gegründet oder vielleicht vor 37, 36 Jahren. Es wird ja auf jeden Fall erst mal ein bisschen Zeit gekostet haben, diesen Lineage-Faktor zu entschlüsseln, den Bauplan des Lebens, bevor man damit anfängt, überhaupt jemanden zu klonen. Damit kann man im Übrigen schon sehr viele Charaktere ausschließen, die man hier heutzutage als Klon verdächtigt, aber später dazu mehr. Also gehen wir davon aus, Stussy hat sich dann zur Verfügung gestellt, geklont zu werden, also die Original-Stussy, Miss Buckingham-Stussy. Und auf der anderen Seite haben wir Edward Weevil. Wie passt der dann in dieses ganze Konzept? Ist er ein Klon von Whitebeard? Ist er ein Klon von verschiedenen Charakteren der Rocks-Piraten? Auch diese Theorie gibt es und die finde ich gar nicht mal so schlecht. Ist er vielleicht eher so eine Art Frankenstein, dass man halt verschiedene DNA zusammengewürfelt hat und einen, ja, toten Menschen wiederbelebt hat? Auch das würde ich nicht komplett ausschließen. Er hat da ein paar Eigenarten, die nicht nur zu Whitebeard passen, sondern ebenfalls zu Shiki, Big Mom, Kaido und so weiter. Aber gehen wir davon aus, er ist der Prototyp der Klone und sieht demnach natürlich nicht aus wie einer der Klone und gehen davon aus, dass Stussy vielleicht sogar der Letzte in der Reihe der Klone war. Hier beziehe ich mich natürlich auf Kapitel 1072, wo Vegapunk ja lobend über seinen perfekten Klon gesprochen hat, den wir später im Kapitel auch vorgestellt bekommen haben, nämlich als Stussy als der erfolgreiche erste Klon. Und ich weiß auch nicht, ob es danach überhaupt weiterging. Das Problem ist jetzt natürlich, wir wissen nicht, wie alt Stussy ist. Das ist ein großes Geheimnis, weshalb natürlich die komplette Spanne einbezogen werden muss. Aber gehen wir mal davon aus, der erste Klon, der erschaffen wurde, war Edward Weevil. Er ist 35 Jahre alt und dann haben wir hier ebenfalls wieder ein Zeitfenster, das wir um drei Jahre reduzieren können. Damit haben wir im Grunde nur noch elf Jahre Ermessensspielraum, wann ein Klon entstanden sein kann. Denn auch hier haben wir einen weiteren Hinweis darauf bekommen, dass das ja gar nicht mal so einfach ist, jemanden zu klonen. In Kapitel 1069 hat uns Vegapunk nämlich erklärt, dass zum einen seine Pazifista Seraphine die höchste Form oder die stärkste Form der Menschheit ist. Seine perfekten Klone mit der DNA der Lunaria und natürlich noch weiteren Fähigkeiten, das grüne Blut etc. Und demnach sind die halt auch fantastisch teuer. Man kann sich das eigentlich im Grunde gar nicht leisten. Das heißt, eine Seraphine Armee, wie viele ja auch gehofft hatten, darauf, dass wir irgendwann hunderte von Mihawks oder hunderte von Hancock-Klonen sehen werden, wird es wahrscheinlich nie geben. Wir haben jetzt vier Stück, wobei der vierte S-Shark, der Klon von Jinbei, nicht so ganz fertig war. Das ist immer noch eine Szene, wo man viel spekulieren kann. Wurde der nur aufgeladen oder wurde der gerade fertiggestellt? Und wir haben gesehen, dass es nur sieben dieser Tore gibt. Und wenn wir das natürlich jetzt in Bezug nehmen, dass die ersten vier Seraphine auf die klassischen Shishibukai Samurai der Meere basieren, können wir eventuell auch davon ausgehen, dass noch Klone existieren von Doflamingo, Crocodile und natürlich auch von Gekko Moria. Und ich denke gerade bei Crocodile, das wird für viele interessant sein, denn es könnte natürlich sein, dass wir hier keinen Jungen sehen, sondern ein Mädchen. Und damit wäre eine weitere Theorie ja wieder bestätigt, es sei denn natürlich oder dreht uns da eine Nase und gibt eben diesem Charakter speziell das grüne Blut von der Hormonfrucht von Ivankov und kann demnach sowieso selbst das Geschlecht immer hin und her wechseln, woraus wir dann eben auch keine Schlüssel ziehen können, ob Crocodile in früherer Zeit einfach eine Frau gewesen ist. Aber die Tatsache, die hier wichtig für uns ist, ist, einen Seraphine anzufertigen, ist extrem teuer. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Pazifista sehr teuer waren und wir haben ja auch beim Eintritt des Punk02 Lilith gesehen, dass sie immer dahinterher ist, Geld ranzuschaffen für ihre Forschung und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass Vegapunk nicht nur an den Klonen geforscht hat, sondern ebenfalls auch an der Vervielfältigung dem Klonen von Teufelsfrüchten wie beispielsweise die Drachenfrucht von Momonosuke oder halt auch beispielsweise am Grünen Blut und natürlich die Vervielfältigung von diversen Logia-Kräften wie der Laser von Kizaru. Also, der hatte nicht die ganze Zeit Zeit, da noch mehr Klone zu erschaffen und ich denke, die meiste Zeit ging halt eben in die Entwicklung der Pazifista und der Seraphine, die schon genug Zeit und Geld gekostet haben, denn das ist das, was wir in Kapitel 1069 gesagt bekommen haben. Es kostet viel Zeit und viel Geld. Das heißt, du kannst das nicht, ja, inflationär benutzen und einfach hier und da Charaktere klonen, weshalb ich auch davon ausgehe, haben wir noch hier oder andere Klone und vielleicht sogar fehlgeschlagene Klone, sind die in den besagten elf Jahren entstanden, vielleicht sogar in den 14 Jahren, wenn wir davon ausgehen, dass Edward Weevil nicht der erste Prototyp-Klon gewesen ist. Das ist im Grunde auch meine Ausgangslage, wenn wir über verschiedene Charaktere sprechen, die eventuell Klone von anderen Charakteren sein könnten und da möchte ich jetzt mal eine Liste abarbeiten, die ich im Internet gefunden habe, das bezieht sich nicht auf ein spezielles Video oder sonst irgendetwas, also ich habe einfach Charaktere genommen, die viele Leute eben verdächtigen, Klone sein zu können und ich denke, wir fangen einfach mal direkt an mit Joalie Bonny. Wir wissen, Joalie Bonny ist geschätzterweise 24 Jahre alt, aber ich denke, das hat eher mehr damit zusammengehangen, dass Oda uns nicht verraten wollte, wie alt sie wirklich ist. Es gab ja auch tolle Theorien darüber, dass sie im Grunde eigentlich ein kleines Mädchen ist oder halt eben schon diese alte Oma, die wir im Reverie-Arc gesehen haben und demnach auch aus einer anderen Zeit kommen könnte oder schon mehr erlebt hat. Da wir aber wissen, dass die Kräfte von Joalie Bonny immer rückgängig gemacht werden, wenn sie auf Individuen und Lebewesen angewendet werden, springt sie natürlich immer wieder zurück in ihr altes Erscheinungsbild und das hat sich ja in den letzten zwei Jahren nach dem Timeskip ein klein wenig verändert. Deswegen gehe ich davon aus, die 24 Jahre oder die 22 Jahre damals, die geschätzt wurden, auch das wirkliche Alter von Joalie Bonny waren, war sowieso eingangs immer meine Theorie darüber. Ich habe mich da nicht so mitreißen lassen, aber ich hätte es trotzdem interessant gefunden, wenn eine dieser Theorien eingetroffen wäre. Und natürlich ist jetzt die Frage, ist Joalie Bonny ein Klon und natürlich dann die Frage, von wem ist sie ein Klon? Die meisten sagen natürlich Big Mom und ich denke, die Theorie ist gar nicht mal so schlecht, denn Big Mom war ja auch Teil der Rockspiraten und wir haben eben diese Verbindung zwischen den Mads und den Rockspiraten. Dilemma ist natürlich, sie ist 24 Jahre alt und da wird das eigentlich im Grunde schon ganz schön knapp. Das könnte zu der Endzeit der Mads passiert sein. Und jetzt mal unabhängig davon, wer ihr, ich nenne es jetzt mal Stamm war, also entweder Big Mom oder ein anderer Charakter, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass Joalie Bonny ein Klon ist. Vielleicht sogar der allerletzte Klon, den Vegapunk erschaffen hat und weshalb er natürlich auch eine besondere Beziehung zu diesem Mädchen hat und dieses Mädchen irgendwie auch auf Egghead Island aufgewachsen ist und damit muss sie nicht mal die leibliche Tochter von Kuma sein, wobei es natürlich auch im Raum steht, dass sie ein Klon der leiblichen Tochter von Kuma ist oder von der Frau von Kuma oder der Mutter von Kuma. Ihr könnt euch da viele Dinge ausdenken. Sie hat sich ja auch als Connie ausgegeben im Riverie Arc und sah scheinbar genauso aus wie diese Connie. Es könnte also sein, dass sie von dieser Connie der Klon ist und am Ende halt erschaffen wurde und Bartholomekuma sie einfach adoptiert hat. Das ist ja eigentlich ein System, das in One Piece öfters mal passiert. Ein Rotfuß-Zev hat natürlich auch einen Sanji adoptiert, ein Shanks hat eine Uta adoptiert und in dem Fall können wir davon ausgehen, dass das Kanon ist und nicht das, was dann später in One Piece Film Red passiert. Also ein solches Konzept kann ich mir bei diesen auf jeden Fall vorstellen. Ob sie halt der Klon von Big Mom sein muss, das wäre halt eine ganz wilde Geschichte und ich schließe auch das nicht komplett aus, weil sie haben schon gewisse Ähnlichkeiten, diese beiden Charakteren, aber es muss nicht unbedingt sein, aber für die Wahrscheinlichkeit, dass Julie Bonny allgemein ein Klon ist, gebe ich einen Daumen nach oben. Könnte auf jeden Fall sein, gerade weil wir die Vorstellung von Stassi haben, während wir Julie Bonny gesehen haben, spricht doch stark dafür, dass eventuell auch dieser Charakter gemeint sein könnte. Als nächstes kommen wir zu Edward Weevil und das würde mir sehr gut gefallen, denn vor zweieinhalb Jahren hatte ich ja schon mal die Theorie, dass er nicht der Sohn von Whitebeard ist, sondern der Klon von Whitebeard. Und da wir ja wissen, dass Miss Buckingham Stassi mit den Mads zu tun hatte, selbst quasi der Stamm war für einen Klon, nämlich Stassi, der dann der perfekte Klon war, könnte es natürlich weiterhin sein, wie ich es auch vorhin schon erwähnt habe, dass Weevil einer dieser fehlgeschlagene Klone ist, aber die Aussagen von Miss Buckingham in Richtung Marco haben mich dann schon so ein bisschen verwirrt, weil sie ja gesagt hat, er solle Vegapunk danach fragen, wer der Vater von Weevil ist. Und klar, jetzt könnte Vegapunk sagen, ja, das ist der Klon von Whitebeard, den haben wir damals angefertigt und in dem Sinne wäre er ja quasi der Sohn, also hier mal der Verweis auf Star Wars, wo ja Jango Fett sich hat klonen lassen und daraus Boba Fett entstanden ist, im Grunde sind sie die gleiche Person, hatten aber auch ein Vater-Sohn-Verhältnis, aber ich weiß nicht, ob das die Antwort ist, die Marco hören wollen würde. Und am Ende hat uns Oda hier die ganze Zeit eine Nase gedreht und am Ende ist er tatsächlich der Sohn von Whitebeard. Vielleicht weiß Whitebeard einfach nichts davon, weil das eine künstliche Befruchtung war und man irgendwie aus anderer DNA dann eben, ja, Samen erschaffen hat und dann Miss Buckingham eingesetzt hat, damit sie dann quasi Edward Weeble austragen kann, aber er könnte natürlich auch ein Klon aus verschiedenen Mitgliedern der Rockspiraten sein. Ich denke, die Wahrscheinlichkeit, dass er ein Klon ist, ist ziemlich hoch. Ein Charakter, der ziemlich häufig genannt wird, ist Monkey D. Ruffy, der Hauptprotagonist von One Piece. Er soll ein Klon sein, wahlweise von Goldie Roger oder von Joy Boy selbst. Könnte da etwas dran sein? Ich muss sagen, sehr, sehr unwahrscheinlich, aber ein kleines vielleicht sei gegeben. Dafür spricht natürlich die große Ähnlichkeit zwischen Ruffy und Roger. Auf der anderen Seite, wir hatten Ace, der der wahre Sohn von Roger war, der nicht so eine große Ähnlichkeit hat, aber auf der anderen Seite kann man auch hier wieder sagen, er war ja auch buchstäblich nicht Roger, sondern eben nur sein Sohn. Joy Boy schließe ich kategorisch aus, denn woher soll das Erbgut von Joy Boy kommen? Der lebt seit mindestens 700, 800 Jahren nicht mehr, also könnte man ihn auch schwerlich klonen, denn wie soll da Vegapunk an das Erbgut herangekommen sein und an der Stelle muss ich auch sagen, wenn jemand hier geklont hat, dann natürlich Vegapunk, denn die anderen, die haben das ja nicht so gut hinbekommen. Ich habe ja vorhin schon über die Klone der Germa Doppel 6 gesprochen, die sind eher auf Massenfertigung ausgelegt und halt auch nicht so stark und wahrscheinlich auch nicht so 1 zu 1 Klone wie eben Stassi. Auf der anderen Seite haben wir auch geklonte Teufelsfrüchte, bei Vegapunk hat es fast 1 zu 1 funktioniert, abgesehen von der Farbe, aber ich glaube, da hätte sich keiner darüber beschwert. Und was hat Cesar Croner erschaffen? Die Smilefrüchte, die halt, ja, ein absolutes Glücksspiel waren, die, äh, das hätte keiner eingehen dürfen. Also ich hätte niemals eine Smilefrucht gegessen bei diesen großen Risiken, aber eine wirkliche 1 zu 1 Teufelsfrucht konnte er ebenfalls niemals selbst kopieren. Gehen wir also auch davon aus, dass es nur bei den Klonen über Vegapunk gelaufen ist. Okay, gehen wir mal einen Schritt weiter. Ruffy könnte trotzdem mit Joyboy verwandt sein über viele Generationen, weil wir wissen ja den wahren Namen von Joyboy nicht. Und auf einmal heißt er auch Monkey D Joyboy oder so irgendetwas. Und dann ist Ruffys Vorfahre eben dieser Charakter gewesen. Mit Roger, ja, das ist so eine Sache, aber ich glaube, das läuft eher über den Willen, den Roger weitervererbt hat und Ruffy aufgenommen hat. Definitiv gehe ich aber so weit zu sagen, dass es mit Sicherheit einen Grund gegeben hätte, Goldie Roger zu klonen. Aber das ist auch für mich der einzige Fakt, der wirklich relevant ist, sollte Ruffy tatsächlich ein Klon von Roger sein und er ist immerhin der Hauptprotagonist. Ich kann es mir halt bei ihm eher schwerlich vorstellen. Kommen wir zu einem anderen Charakter, der nicht als Klon zählt, sondern eben, ja, der das Erbgut für einen Klon darstellen soll, nämlich Rox D Sebek. Er ist bekanntlich vor 38 Jahren gestorben beim God Valley Vorfall und das hat uns nicht irgendwer erzählt, sondern Monkey D Gab und er war live dabei und vielleicht weiß er es nicht besser, aber er geht, denke ich mal, davon aus, weil er auch keinen Grund hat zu lügen, dass Rox damals getötet wurden, weil er ja gesagt hat, der Käpt'n der Rox Piraten ist weg. Es sind nur noch die Überbleibsel dort und ja, vielleicht ist er damals einfach verschwunden und später wieder irgendwo aufgetaucht. Diese Möglichkeit lasse ich mal so stehen und die meisten, die hier mit Verbindung gebracht werden mit Rox D Sebek, sind zum anderen Monkey D Dragon. Er soll ein Klon sein von Rox D Sebek, die Ähnlichkeit ist nicht zu übersehen. Ja, Leute, in den Fanarts, die ich auch benutzt habe, aber so ein wirkliches Bild von Rox D Sebek haben wir natürlich noch nicht in One Piece gesehen. Leider. Und damit sind wir schon am Punkt. Der andere Punkt ist natürlich, Monkey D Dragon ist 55 Jahre alt, also lange bevor überhaupt der Bauplan des Lebens entschlüsselt wurde und lange bevor Rox D Sebek wahrscheinlich dieser große Pirat gewesen ist, diese große Rox Piratenbande gegründet hat und dann eben auch irgendwann gestorben ist und dann überhaupt relevant wurde, dass man ihn klonen sollte. Ja, man kann natürlich auch sagen, okay, der wurde vorher schon geklont, aber da gab es den Blauplan des Lebens eben noch nicht und das trifft im Grunde auch auf Blackbeard. Marshall D Teach zu, denn er soll ebenfalls ein Klon von Rox D Sebek sein. Ja, aber Teach ist mittlerweile schon 40 Jahre alt, also auch schon lange Zeit bevor der Bauplan des Lebens entschlüsselt wurde. Damals gab es halt noch nicht so diese perfekten 1 zu 1 Klone oder zumindest auch keine gescheiterten Klone. Noch ein Charakter, der als Kandidat, als möglicher Klon von Rox D Sebek gilt, ist Shanks. Aber auch an der Stelle gleiches Problem wie bei Blackbeard, er ist bereits 39 Jahre alt und soll ja eigentlich mit einer Figureland-Familie in Verbindung stehen. Ob das Tenryu Bito sind, wurde bisher noch nicht bestätigt, könnte auch eine andere Familie sein, war aber ebenfalls auf God Valley, denn er wurde ja damals als Baby von Goldie, Roger und Rayleigh gefunden. Kann also auch nicht so ganz stimmen, dass er ein Klon sein könnte. Der nächste Charakter auf meiner Liste ist tatsächlich Zorro von der Strohhutbande. Ja, der hatte einfach zu große Ähnlichkeit mit beispielsweise Shimotsuki Ushimaru und natürlich zum anderen zu Shimotsuki Ryoma. Und ich glaube, das würden alle Zorro-Fans abfeiern, wenn der in gewisser Weise eine Beziehung zu Ryoma hätte. Aber auch hier gleiches Problem wie mit Joy Boy bei Ruffy. Ein Ryoma, der ist schon sehr, sehr lange tot. Klar, sein Leichnam hat noch eine Zeit lang existiert, war auch gut konserviert, aber ob man daraus noch Klonmaterial entziehen könnte und auf der anderen Seite war der Leichnam ja immer in gewisser Weise an einer Stelle, wo ein Vegapunk nicht unbedingt rankam. Entweder in Ringo beerdigt oder auf der Thriller Bark. Also da sehe ich jetzt nicht wirklich einen Bezug. Auf der anderen Seite einen Ushimaru zu klonen macht für mich jetzt auch nicht sonderlich viel groß Sinn. Und damit sind wir wieder beim zweiten Problem, was eigentlich auch ein großes Problem bei Ruffy ist. Zorro ist erst 21 Jahre alt, also damals waren die Mads gar nicht mehr aktiv unterwegs, dass man ihn hätte erschaffen können. Und dann natürlich die große Frage weiterhin, warum sollte man ihn dann im Dorf Shimotsuki aussetzen und da aufwachsen lassen. Ja, es tut mir leid, Leute, ich kann da nicht wirklich eine Verbindung sehen. Und wenn wir schon beim Dorf Shimotsuki sind, ja, lasst uns mal kurz über Kuina reden. Ja, Kuina ist noch am Leben, nein, diesmal nicht, aber ihr Klon ist noch am Leben, nämlich Tashigi. Ja, aber Tashigi ist auch schon 23 Jahre alt, also lange Zeit, bevor Kuina überhaupt gestorben ist. Aber natürlich gibt es an dem Punkt ja keinen Grund. Der Charakter muss ja nicht erst gestorben sein, damit der Klon existieren kann. Bestes Beispiel ist Miss Buckingham, Stassi und Stassi. Aber warum sollte man die kleine Kuina klonen zu dem Zeitpunkt? Auch das macht für mich nicht sonderlich viel Sinn. Natürlich gab es noch viel mehr Charaktere, die genannt wurden, die scheinbar Klone vom anderen Charakter sein sollten, aber sind wir mal ehrlich, die meisten basieren auf ähnlichem Aussehen und wenn wir danach gehen, müssten doch im Grunde sehr, sehr viele Mädels Klone von Nami und Nico Robin sein. Und wir sind uns ziemlich sicher, dass das auch nicht unbedingt ein Fall in One Piece sein wird. Der große Aufreger also, dass wir hier den Angriff der Klonkrieger befürchten müssen, den kann ich ich denke mal beruhigen. Es wird sehr wenige Klone geben, im Grunde können wir uns darauf konzentrieren. Wir haben die Pazifista, wir haben die Klonarmee der Derma Doppel 6, die nicht groß ins Gewicht fallen wird. Wir haben diese sieben Seraphine, denn ich glaube auch nicht, dass es dort noch mehr geben wird in Zukunft. Wir sind gespannt darauf, wer die letzten drei sein werden. Und wir haben Edward Weevil, der vielleicht ein Klon sein könnte, Jolie Bonny, da gehe ich noch mit, das könnte für mich auch noch ein sinnvoller Klon sein und natürlich den einzig bestätigten Klon mit Stassi. Und die finden wir alle klasse, oder? Und da würde es mich natürlich interessieren, was sie für eine Teufelsfrucht hat. Ich hoffe, wir erfahren in den nächsten Kapiteln noch mehr von diesem Charakter. Aber ihr könnt mir jetzt gerne mal eure Meinung zu dieser ganzen Klon-Debatte, Klon-Theorien in die Kommentare schreiben. Ich bin schon gespannt auf euer Feedback. Nehmt mir auch gerne Charaktere, wo ihr glaubt, die vielleicht in diesem Video nicht genannt wurden. Das könnte der Klon von dem Charakter sein. Aber bedenkt natürlich diese Zeitlinie, die wir dort haben, diesen Zeitraum, als die Mads aktiv waren. Wenn er dort nicht reinpasst, ist er höchstwahrscheinlich auch kein Klon. Schließt aber auch nicht hundertprozentig aus, dass er kein Klon ist. Aber ich hoffe, ich habe euch mit diesem Video ein klein bisschen die Thematik näher gebracht. Und sollte das so sein, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal für mehr One-Piece-Podcasts und natürlich viel mehr One-Piece-Content. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch für euer Einschalten und Zusehen. Bleibt gesund, bleibt am Leben, bleibt One-Piece gewogen, bleibt mir gewogen. Ade! Das war's mir. Das war's mir. Bis zum nächsten Mal.